Ja, hier liegt unser Michel-Sekt. Traditionelle Flaschengärung, so ein Riesling-Sekt. Liegt circa zwei Jahre, je nachdem auf der Hefe, das kommt immer so ein bisschen auf den Jahrgang an. Schöne feine Perlung, schöne Cremigkeit, kleine Hefenoten. Er wird degurgiert, aber nicht so ganz sauber degurgiert. Riesling-typische Säure, beim Brot etwas gepuffert durch eine kleine Dosage.